Könnt ihr bitte da vorne weggehen, es ist sehr gefährlich. Es hat eines Morgens an meiner Tür geklingelt und ein mysteriöser Stuhl stand vor meiner Tür. Ich hab ihn erst mal reingefahren und er war ziemlich bequem, also ziemlich gut zum Zocken. Nur es gab so komische rote Knöpfe da ran. Ich hab ihn einfach mal gedrückt und... Bitte! Man kann einfach mit dem Stuhl rumfahren und zwar mit 70 kmh. Die Scooterhelden haben mir den Stuhl aufgrund meiner absoluten Faulheit gebaut. Und da ich hungrig war, bin ich erst mal zu Meckes gefahren, aber das ging dann ein bisschen schief. Könnt ihr bitte da vorne weggehen, es ist sehr gefährlich, bitte. Wenn ihr sehen wollt, was noch mit dem Stuhl passiert ist, dann schaut auf dem YouTube-Kanal von den Scooterhelden vorbei. Es ist absolut wild.